Alter, das hat mich grad aber echt weggeschallert, ich muss mal echt nen Schluck trinken, Digga. Ich weiß ja, ich liebe Need for Yeet, dieser Name hat's mir irgendwie angetan. Der ist wirklich sehr geil. Ja. Gamertag, der Furz war kurz. Hä, Junge? Stell dir vor, du zockst gegen... Was heißt Gamertag? Ja, du zockst gegen jemanden, der heißt einfach, der Furz war kurz. Stoppender Stiefbruder, Bananenpeitsche. Claymore-Karsten, der saftige Locken-Johnny, der Zipfel-Klatscher, den hatten wir eben schon, der war auch lustig, ich fand den gut. Toilettenpapier, was sind die, die sind doch keine, die sind doch keine Game-Annamen. Einfach random in die Kommentare steppen, Toilettenpapier, außer sind Einkaufsliste geleakt. Einfach geiler Scheiß, ich hab bei mir einen in der Liste, der nennt sich Lord Speed-Nase. Lord Speed-Nase. Statt Harry Potter einfach Harald Popper. Alter Junge. Checke das Heife-3 nicht. Ja, Digga, dann zu jung, Digga. Ja, Digga, dann lassen. Medikamenten-Mike. Der allerneue Dealer. Deutscher Houdini. Speed-Bob und Pepprich. Oh mein Gott. Pepprich. Neuer Name für Freddy, wer war die gestern? Ja. Wie findest du denn Darmspalter 3000? 5000 heVEH aber weißt du weißt du wer ja ja sag uns erst na ne den feels ich jetzt nicht so freddy wirden elsglobz digger jetzt staal, genital er ist echt gut Stahlgenital Ich mag diesen Flow in dem Wort Stahlgenital Inder mit Kinder Junge, jetzt reiht's auch mal Inder mit Kinder Den hat er gefühlt auf Instant Basis Wir lieben ja alle diese Namenswitze, wir hatten ja da schon öfters mal auch Jamie Vardy oder Paolo Dybala Es gibt ja auch Hulk Hoden Ja moin, ich meine Hulk Hoden Oh mein Gott Hulk Hoden Ich glaube ich hätte den Freund, ich bin so voll klatscht Oh mein Gott Hulk Hoden Der Allerneue Wenn man den Namen erst richtig sagen will, aber ihn schon falsch vorliest Obama flex Dein Assist 66 Ach du Obama gönnt sich richtig, Alter Alter Oder Freddys alter Ego in Mittelalter Games Lord Hammer Schritz Lord Hammer Schritz Dinger ist das geil Kennt man auch Erik Langlauf Freddy Langlauf wohl eher, wenn ich seine Waffen hier immer sehe Erich Samström ist der Bruder von Lasserin Ström Alter Und so Warzone Duos rein, Dinger Alter Sag mal mit Rosetten Freddy Was für ein Insider, der nicht hieß bei COD mal so Achso Oh nein Ja, alles klar Mach mal bitte Shadow Schruppeltitte Shit disgusting, Alter Was für ein Insider Nein Sergen Ich habe einen für dich Ja Billy Hudson Eilish Oh nein Geil Den fühle ich wieder Alter Freddy's Bumsbus Oh mein Gott Das ist nicht passiert Der Junge, warum steht das da? Das ist das geil Das ist das geil